In den letzten Wochen dominierten mehr so geostrategische und geopolitische Themen das Marktumfeld. Aktuell kann man aber sagen, dass momentan viel davon schon eingepreist worden ist. Auch andere Unsicherheitsfaktoren wie EZB-Sitzungen, also US-Notenbank-Sitzungen, sind hinter uns. Auch diese Themen sind von den Märkten bereits eingepreist worden. Und in der Regel ist es ganz oft so, dass dann die Marktteilnehmer wieder so ein bisschen zurückkehren, so wie wir auf fundamentalen und auch auf technische Daten schauen. Momentan sehen wir, dass die 10-jährigen US-Staatsanleihen noch auf einem recht hohen Niveau unterwegs sind. Dementsprechend der Dollar keine richtige Unterstützung findet, also eher so ein Stück weit abgewertet worden ist. Und wenn man sich das ganze charttechnisch momentan anschaut, könnte durchaus möglich sein, dass Silber entsprechend davon profitieren kann, also durchaus noch nach oben ziehen kann. Gold hat er ja zuletzt ein bisschen fester notiert. Und deswegen nehmen wir uns heute viel Zeit, ausreichend Zeit, um uns das mal ganz in Ruhe anzuschauen, wie es charttechnisch momentan bei Silber aussieht. Und das machen wir jetzt auf der Plattform von Capital.com. Los geht's! So, es gibt viel zu tun. Also starten wir erstmal, wie gewohnt, den Wochenchart. Schauen wir wie immer erstmal auf den Überblick. Machen wir auch recht zügig und dann gehen wir mal ins Detail. Also wir sehen hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja, dann wird das Ganze gebrochen. Dann sehen wir Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Jetzt interessant, wir haben hier ein leicht höheres Hoch, als hier heißt. Wir könnten jetzt pingelig werden und sagen, ja gucke mal da, da ist aber jetzt hier der Aufwärtstrend gebrochen. Korrektur, Bewegung, Wiederbruch nach oben und hier haben wir dann wieder eine Abwärtsbewegung. Und wenn wir ein bisschen großzügiger sind, und das erlauben wir uns heute mal, dann würden wir das jetzt so einkreisen, Bewegung, Korrektur, Bewegung und stellen fest, naja, wir befinden uns hier quasi in einer trendartigen Korrektur dieser Aufwärtsbewegung und sehen, dass wir momentan hier seit geraumer Zeit eher so in einer Seitwärtsphase unterwegs sind. Und diese Seitwärtsphase hier, die wird uns gleich noch im Tagesschart ein bisschen beschäftigen. So, schauen wir uns das mal an. Na ja, wir sehen, dass wir hier eine Unterstützung haben bei 21,65 Dollar. Ja, 65, Entschuldigung, so muss es heißen. Na ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir sehen hier Unterstützung, wir sehen hier Unterstützung, hier, hier, hier und auch hier. Und so ein bisschen auffällig ist, dass wir bis auf hier, aber ansonsten stetig tiefer fallen. Ja, dass wir hier so nach unten wegkommen. Hier haben wir wieder einen leichten Anstieg, aber auch hier fallen wir weiter nach unten ab. Wir könnten gedanklich jetzt hier mal so eine Linie drüber ziehen und dann sehen, dass wir hier so einen abfallenden Prozess haben. Es muss nicht sein, dass wir dann jetzt zwingend auch hier nach oben rausziehen. Aber ein Ausbruch hier nach oben könnte eine solche Bewegung durchaus beschleunigen, dass wir nochmal zurückkommen und dann hier mit Schub in Richtung möglichen Widerstand bei 28,10 Dollar heranlaufen. Also, Widerstand 28,10 Dollar, Unterstützung auf der Unterseite 21,65 Dollar. Überverkauft sind wir aktuell hier im RSI allerdings noch nicht. Kurzer Blick auf den Euro-US-Dollar. Macht das mal eben so, dass wir es besser sehen können. So, hier ein bisschen zentralisieren. Und da sehen wir, dass wir hier zunächst erst wieder ein bisschen Stärke bekommen haben in dem US-Dollar. Und dann sehen wir, dass eben auch in Verbindung mit dem US-Zinsentscheid hier der Euro nochmal stärker geworden ist, der Dollar schwächer geworden ist. Denn die hohen Zinsen in den USA haben natürlich dann auch den Dollar beflügelt, den Euro geschwächt, weil man eben dann in der US-Währung mehr Zinsen bekommen hat. Im Moment hier auf Wochenbasis hier aktuell sehen wir, dass der Dollar wieder ein bisschen stärker wird. Es ist auch durchaus möglich, dass wir hier nochmal nach oben ziehen. Also entsprechend der Dollar nochmal schwächer wird, der Euro stärker wird. Und das könnte dann wiederum entsprechend auch Silber unterstützen. So, damit sind wir im Tagesschart. Auch hier sehen wir fallende Hochpunkte, recht deutlich sogar noch, deutlicher als im Wochenchart. Und das ist der Bereich, wofür wir darüber gesprochen haben, müssen wir uns im Tagesschart mal ein bisschen genauer angucken. Das haben wir dann hier. Also wir sehen, dass wir so eine abfallende Linie haben. Was in dem Zusammenhang jetzt aber noch interessant ist, wo wir eigentlich hinauswollten, sind verschiedene Punkte. Zum einen sehen wir natürlich hier auch immer den stetigen Wechsel von Auf- zu Abwärtstrend. Zunächst mal sehen wir hier eine Bewegung eines Aufwärtstrendes. Dann bricht das Ganze. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Wiederbruch. Und dann nach hier unten hin wieder Bewegung. Das heißt, wir haben hier momentan streng genommen einen Abwärtstrend und einen Bruch hätten wir erst hier oben an diesem Punkt. Weil Tiefpunkt, Tiefpunkt, in der Mitte liegender höchster Hochpunkt, das wäre dann entsprechend hier. Und das gliedert sich dann wieder runter in kleinere Auf- und Abwärtstrends. Also hier oben drüber wäre dann erst der Bruch. Damit einhergehend interessanter, das können wir auch wieder auch noch zuerst machen, interessantester Widerstandspunkt hier für mich bei 25,63 Dollar im Tagesstart. Zum einen, weil wir dann den Bruch hier hätten. Und zum zweiten, diese Kerze, das interessiert mich. Wir sehen hier den Umkehrstab, der zunächst hier in blau suggeriert, ziehen wir eben weiter nach oben. War aber eben nicht der Fall. Wir sehen, hier sind Käufer in den Wert reingekommen. Und die sind dann auch direkt wieder abverkauft worden. Also so eine Art Bullenfalle. Und dann sehen wir, dass es hier aber auch mit Zug deutlich nach unten ging. Also wir haben hier ordentlich und erheblichen Abgabedruck bekommen, eben aus dieser Region heraus. Und die haben wir noch nicht wieder angetestet. Das heißt, im Szenario wäre für mich interessant, wir schießen hier nach oben ran, bekommen wir ein charttechnisches Signal und bekommen dann identischen Schub wie hier nochmal nach unten, vielleicht wieder in Richtung 24 Dollar. Das wäre dann entsprechend das präferierte Szenario an dieser Stelle. Was sehen wir aber noch? Wir sehen, dass wir hier eine Unterstützung haben, eben bei 22,26 Dollar. Und wir sehen, dass wir von dieser Zone aus dann auch immer wieder Schub bekommen haben. Das sehen wir zum einen hier, wo wir nach oben gelaufen sind. Und das sehen wir zum einen hier, wo wir wieder nach oben gelaufen sind. Und das sehen wir hier auch nochmal, dass wir Dynamik bekommen haben. Aber eben auch immer hier mit fallenden Hochpunkten. Das hat sich so negativ ausgewirkt, dass wir hier wieder so eine Kerze bekommen haben. An dieser Stelle, wie wir es hier besprochen haben. Also eigentlich umkehrt stark, sollten Käufer doch wieder in den Markt reinkommen. Sind sie aus, sind sofort abverkauft worden. Und wir sehen, es gab nochmal Schub nach unten. Und zwar massiv. Und jetzt kommt es. Was mich dann an der Stelle interessiert, ist, dass hier die Abwärtsbewegung nicht weitergegangen ist. Zum Beispiel hier an dieses Tief heran. Sondern, dass wir hier mit Schub wieder reingekommen sind. Also interessantes Szenario für mich wäre jetzt, dass wir hier diesen Bereich nochmal antesten. Ja, das könnte dann entsprechend Verkäufe anlocken. Die sagen, oh super, geht wieder hier weiter Richtung Süden. Dass die absorbiert werden. Und dass wir dann hier Schub nach oben bekommen. Und dann eben aus diesem Bereich hier ausbrechen. Nochmal korrigieren. Und dann nach oben ziehen in Richtung 25,63 Dollar. Das wäre also mein präferiertes Szenario. Deswegen zunächst erstmal für mich eine wichtigste Unterstützung eben hier im Bereich 22,26 Dollar. Knicken wir dann wirklich doch tatsächlich hier trendartig so leicht nach unten weg. Dann natürlich hier im Bereich 20,50 bis 21 Dollar als nächstmögliche Unterstützung. Aber momentan würde ich das hier erstmal favorisieren. 22,26 Dollar Unterseite, 25,63 Dollar auf der Oberseite. So, damit sind wir eben im Stundenschart. Auch hier im Stundenschart für mich wichtigste Unterstützung 22,26 Dollar. Im RSI waren wir schon überverkauft. Interessant wäre jetzt, wir sind hier runtergelaufen. Der RSI erholt sich. Wir sind noch mal hier unten ran gelaufen. Schöner fände ich es. Das werden wir jetzt nochmal ein tieferes Tief ausbilden. Gerne auch mit Schub. Eben in Richtung 22,26 Dollar und der RSI nicht weiter nach unten mitläuft. Und wir dann charttechnische Signale auch auf Stundenbasis bekommen, um vielleicht so eine Gegenbewegung entsprechend einzuleiten. Ja, das geschulte Auge sieht es. Da haben wir dann sofort aber auch schon den Widerstand bei 22,60 Dollar. Wir sehen es hier, hier, hier und in diesem Bereich. Das stimmt, das ist richtig. Stellt sich die Frage, wird er dann geknackt und anschließend wieder Unterstützung, um nach oben zu ziehen oder halte man hier direkt ab? Das wäre dann die spannende Frage. Interessant ist diese Marke 22,60. Auch deshalb, weil wir hier sehen, dass aus diesem Bereich immer wieder Schub reingekommen ist. Wir sehen es hier, wir sehen es hier, wir sehen es hier, wir sehen es hier. Also immer, wenn das hier angehandelt worden ist, ging es nach oben. Und wenn sich das hier als Fehlausbruch nach unten entpuppt, dann durchaus die Chance da, dass wir dann nochmal deutlicheren Schub nach oben bekommen könnten. Man muss ja immer dazu sagen, das kann alles passieren, muss nicht. Es ist nur mein präferiertes Szenario. Also für den Stundenchart hier, 23,28 Dollar als wichtigsten Widerstand hier für mich und dann eben auf der Unterseite 22,26 Dollar als wichtigste Unterstützung. Was vielleicht noch interessant ist, für den Augenblick, da haben wir es, ist, was wir hier sehen, dass wir hier schon Schub bekommen haben. Und nach unten hin wird ziemlich lange brauchen, um eben da wieder wegzukommen von da oben, also mehrere Stunden hier runter zu kommen und dann auch wieder hier jetzt wieder einen Schub nach oben bekommen. Also kann auch sein, dass wir direkt dann hier nach oben wieder durchziehen. Bleibt noch ein bisschen abzuwarten. So, aber erstmal zum anderen Einschätzung rund um Silber rein auf technischer Basis. Natürlich, sobald geopolitisch etwas Dramatisches passiert, kann das natürlich nochmal ganz anders ausgehen. Aber zumindest haben wir uns jetzt erstmal vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tagesschart und im Stundenschart. Denk doch bitte mal dran, alles, was wir hier im Video und im Chart zu besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um meine persönliche Meinung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn du das willst, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss dich, den Kanal direkt zu abonnieren. Da bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.